Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play und Build Minecraft mit der Drake Kingdom Adventure Map und im ersten Part haben wir hier den Spawn mal gemacht, ein bisschen dekoriert und eine Ruine gemacht und heute möchte ich irgendwo da hinten, am besten ein bisschen abseits, damit man es nicht direkt sieht, ein Holzfällerlager. Am besten hier rein oder hier drauf. Ja, hier ist es schön flach. Und ein paar Bäume ändern. Ich möchte sie ein bisschen besser selber generieren, also sie ein bisschen schöner machen, weil die Bäume hier sind ja recht schlicht gemacht, schlicht generiert vom World Generator von Minecraft und deshalb ja nicht so für eine aufwendige Adventure Map anzusehen. Also, ja, sehe nicht gut genug aus. Da machen wir sie selber und das machen wir jetzt mal zuerst hier beim Holzfällerlager, das wir jetzt bauen. brauchen noch ein bisschen Platz, müssen noch ein paar Bäume fällen. So, aber das reicht jetzt, oder? Ja. Dann machen wir hier noch die Erde. Ja, okay, der Baum muss auch weg. So, jetzt. Dann machen wir hier die Erde weg. Da vorne machen wir das Gebäude und da hinten das Lager. Und dann noch ein Teil dann in der Steppe. Also, ja. Savanne, genau, Savanne war das Wort. So, wir brauchen als Blöcke brauchen wir mal Fichtenholzblätter, Schwarzeichenblöcke und Fichtenholz. Dann noch hier die Half-Steps und die Treppen hier. Hier, wo ist das andere? Ähm, da. So, nein. Jetzt. Gut, fangen wir an mit dem Fundament. Nein, Fundament brauchen wir nicht. Was ist denn das für einer? Der sieht komisch aus. Ein Dorfbewohnerzombie, der, ähm, so ein bisschen hellgrüner ist. Okay. Das ist ein neues Kind scheinbar. Also, wir machen es ohne Fundament. Wir machen es jetzt einfach mal hier rein. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Machen wir mal so, dass es zehn Blöcke breit ist. So, mache ich mal für den Anfang meinen schlichten Baustil, der eigentlich sehr gängig ist in Minecraft. Viele ihn bauen, aber ihn so modifizieren und detaillieren, dass er richtig gut aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ähm, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, dann machen wir das so. Ich möchte es drüber machen. So. Und dann halt hier. Okay, dann machen wir es nicht drüber. Sieht scheiße aus. So. Und hier. Und hier. Aber ich möchte gerne, ähm, irgendwie so ein bisschen herausragen. Na ja, dann müssen wir doch irgendwie, äh, so machen. Ich will es einfach ein bisschen herausragen lassen. Sieht ein bisschen schöner aus. So. Machen wir den auch weg. Der ist zu nah. So. Und hier auch. Oh, nicht schön. Der ist zu viel. Ah, die sind einfach zu nah am Haus. Alle. Alle Bäume sind nah. Zu nah am Haus. So, dann machen wir die auch. Die spawnen hier ein bisschen weg, weil ja das Ding in der Nähe ist. Das Holz hier in der Nähe ist. So. Und, ähm, ein Holzfällerlager braucht ja nicht große Fenster. Dann mache ich kleine Fenster. Oder längliche Fenster. So. Dann können wir hier noch ein bisschen dekorieren. Gut. Gut. Und hier vorne braucht man ein großes Tor. Äh, komm, nicht legen. Wahrscheinlich wieder Frebs, wo ein paar Frames verschluckt. Ja, dann machen wir das so. Ähm, und hier könnten wir Treppen an den Ecken machen. Muss ich mal schauen. Ja, können wir so. Oder so. Und dann hier. Hm. Ja, ist eigentlich recht schön. Und wenn wir hier dunkle machen. Na, sieht gut aus, so. Also nochmal, ähm, hier noch. Kleine Fenster. Ah, das ist falsches Holz. Mist. Das Holz brauche ich. Und auf jeden Fall, diese Seite mache ich offen, damit man das Holz eigentlich auch reintun kann. Ähm, so habe ich gesagt, ja. Und hier machen wir offen, ab eins zu, ja, Skelett, jetzt, ähm, brennst du, hm? Weg damit. Oh, jetzt habe ich das weggeschlagen. So. Also, wir haben hier eigentlich den Eingang. Dann machen wir hier auf dieser Seite dann eine Bergbank. wo und, also wo man, ähm, ja, wie beim Schreinen halt die Holzstücke, ähm, bearbeitet, sozusagen. So eine große Werkbank. Dazu brauche ich noch, ähm, ja, eine Werkbank oder zwei Werkbanken auf der Seite und, ähm, oben drüber, ähm, die Half-Steps. Ja. Dann sieht es eigentlich am besten nach einer Werkbank aus. Nach einem guten Crafting-Table. Also, wir müssen hier die Werkbank so machen. Dann eine Craft, ja, eine Werkbank hier drunter. Kann ich so machen. Und so. Ja, das sieht gut aus. Und wenn wir das, hä, jetzt habe ich das umgelegt. Klicke auf die Alt-Taste. Wie machen wir das jetzt wieder weg? Ich kenne mich noch nicht aus mit dieser Version. Ah, da. Gut. Es gibt sicher eine Taste, wo man das machen kann. Wenn wir das so machen. Ah, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt muss ich hier runter. Nein, passt nicht. Dann lassen wir das so. Oder machen hier, ähm, Mistkübel hin. Abfalleimer da. Zwei Mistkübel. So. Was haben wir sonst noch? Eine Musikbox können wir noch. Oder hier könnten wir die Truhe hin machen. Aber geht die dann auch auf? Ja. Okay, dann sieht es so gut aus. Dann können wir hier drauf noch, ähm, das geht nicht. Dann müssen wir hier noch mehr Werkbänke nach oben machen. so, ein Bild, oder nein, ein Rahmen, ähm, Gemälde-Rahmen. So. In den Rahmen machen wir eine Axt, aber eine aus, ja, Eisen. Und, ähm, was noch? Zwei Äxte, kann man die dann umkehren. So. Und so. Ja. Anders geht es ja, man kann es nicht drehen, also dass die scharfe Kante auf dieser Seite ist. Sonst würde es ein bisschen besser aussehen, aber, ja, so ist gut genug. Gut, dann ein paar Fackeln hin. Mache ich die so in die Mitte. Ähm, hier oben auch zwei Fackeln. Hier zwei Fackeln und hier zwei Fackeln. So. Dann noch ein Dach geben. Zuerst mal hier zumachen mit dem unklenen Holz. Und dann noch fertig einrichten. Dann haben wir schon mal das erste Haus. Jetzt müssen wir dann nur noch ringsum die Baumstümpfe und die Bäume machen, die gezüchtet sind. Und dann haben wir es eigentlich recht gut gemacht. Also, was passt am besten als Dach? Wenn wir das eigentlich so anfangen, sieht es eigentlich relativ mickrig aus. Komm, wir machen ein hängendes Dach, oder? Ja. Wir machen ein hängendes Dach. Das ist ein bisschen nach außen. So, super. Ah, nicht falscher Block. Kaputt machen. Ähm, und zwar... Wollen wir es anders machen? Wollen wir es dunkel machen? Ach, komm, wir machen es dunkel. Müssen das leider wieder abreißen. Aber das passt irgendwie besser, obwohl... Es sollte eine andere Farbe haben als die Wände. Was war das? Irgendwas hat gelöscht. Gehen jetzt die Fackeln kaputt, oder was? Das war so ein Löschgereich. Das ist ein blöder Ort. Nochmal schauen. Ja, sieht besser aus. Dann machen wir 2 über. Ja, das sieht nicht so gut aus. Blöder Regen. 1 über. Ja, so sieht es gut aus. Ähm, da oben können wir dann noch Holz lagen. Machen wir auf den Seiten offen. So. Hm. Blödes Dach bauen. Ist richtig sensibel. Also, wenn man falsch klickt, muss man immer alles wieder abbauen. Das, was man falsch gesetzt hat. Das nervt ein bisschen. So. Gut. Dann machen wir schon mal hier weiter. Muss kurz schauen, ob das richtig ist. Ja. So, also. Wir machen jetzt das da vorne, damit wir nicht immer auf die C, also auf die Null klicken müssen. Und wie, eigentlich in jedem Part dürft ihr natürlich auch die Sachen noch ein bisschen verbessern. Schreibt mir, wie ich sie noch ein bisschen verbessern kann. Detaillierter machen kann. Und so weiter. Was halt fehlt an einer, an einem Holzfällerlager. Und, ähm, ja, dürft ihr einfach mich verbessern natürlich. Ihr seid eigentlich die Mit, ähm, Videomacher. Ihr dürft mir alles interaktiv sagen, was ihr denn wollt. Und, ähm, eigentlich live dabei sein, fast schon. Halt mit einer kurzen Verzögerung. Aber ich mache, also ich nehme eigentlich die Videos immer auf und dann lade ich sie sofort hoch. Also seid ihr so live wie möglich dabei. Und dürft mir eben von Part zu Part schreiben, was ihr denn gerne hättet. Oh, das ist schlecht. Platziert. Ah, jetzt war er jetzt wieder gut. So, blödes Dach. Nervt mich. Und, ähm, ihr dürft mitwirken. Also wenn euch etwas nicht gefällt, vom Design her oder so, dann dürft ihr gerne mir schreiben, wieso ihr das nicht so gut findet. Oder was ihr besser machen könnt. Also was ich besser machen könnte. Und, ähm, ja. Ideen hätte ich auch gerne, natürlich. Dürft ihr mir auch viele geben. Und, ähm, was halt noch fehlt. Wenn ich jetzt so mal in der Stadt baue und ein Gebäude fehlt noch, das Wichtigste in der Stadt, dann dürft ihr gerne schreiben, was es für ein Gebäude ist und wie ich es machen soll, wo ich es machen soll und so weiter. Und da ich eben relativ neu bin, also nicht weiter bin, als wenn ihr schreibt, wenn ihr eigentlich relativ ein neues Video, also bei einem neuen Video schreibt, dann bin ich dann auch nicht schon weiter und habe dann schon dort etwas gemacht, weil ich eben die Videos sehr zeitnah hochlade und, ähm, da noch nichts dort gebaut ist. Ich hoffe, das sieht gut aus, wir schauen gleich mal, ob das gut aussieht, wenn wir das auch richtig platzieren könnten. Komm, machen wir gleich Time Set Day. So. Ich cheater, ich bin so ein böser Cheater. Ich cheater so extrem unfaire Sachen, wie zum Beispiel Tat machen. Schlimm. Oh, das sieht aus, ey. Also dann ist es hier einfach eins zu tief. So. Ein großes Dach für ein kleines Gebäude, aber von hier sieht es eigentlich recht gut aus. Durch die Breite des Gebäudes ist das Dach halt ein bisschen grösser geworden. Ich finde es aber gar nicht mal so schlimm, wie findet ihr es. Dürft ihr mir gerne schreiben, ein bisschen Kritik geben, was ich denn halt schlecht gemacht habe oder was ich verbessern könnte am Haus. Das sieht nicht so schön aus. Genau, dann mache ich hier mal noch so. Ja. Optimal. Nein, dass sie nicht so schön ist. So. Oder das weglassen. Nein. Und fast hier noch eins machen. Ja, so ist es optimal. Also hier jetzt auch überall noch ein Half-Step drauf. Und dann kommen die Dinge rein. Die Baumstämme. Und zwar hier einen so. Ja, optimal. Dann eben ein anderer. Da könnten wir den Ding nehmen. Da. Akazienholz. Ein bisschen abwechseln. Ähm, darauf könnten wir kommen, da machen wir wieder eines dieser Hölzer. Sollte ja nicht so extrem abwechslungsreich sein. Sonst sieht es unrealistisch aus. Jetzt könnten wir noch ein bisschen Eichenholz hier hin tun. Daneben. Ja. Eigentlich recht gut. Aber jetzt machen wir nicht die Beigehöhe. Sondern hier weiter. Und zwar jetzt eins in der Mitte von dem Eichenholz. und daneben wieder Fichtenholz. Es muss ja ähm das meiste muss ja Fichtenholz sein. Und darüber Akazienholz. Und ja, müssen fast in der Mitte nochmals eins machen. Kommen halt zwei nebeneinander. Damit die rechte Beige ein bisschen höher wäre. So kommen wir jetzt hier noch ran. Ja. Hm. Müssen wir ja noch ein bisschen kaputt machen. so, hier und hier oben wieder zumachen. So. Gut. Da möchte ich das in der Mitte ein bisschen länger machen. Äh. Weniger lang. so. Und das auch. Und das da oben. Ja, sieht halt, äh. mir gefallen diese Ringe nicht. Aber sieht eigentlich recht gut aus. So. Könnten sogar ein paar noch länger machen. So. Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es ungefähr relativ gut aus. Also jetzt kann man die aber die Fackel nicht irgendwo setzen. Nein. Weil es hat alles, äh, Dings sind Treppen. Mal hier schauen. Äh, das Kleine. Das Kleine. Das Kleine. Das Kleine. Das Kleine. Zwei. Und das untere Kleine. Ja. Hier sieht es schon fast besser aus als auf der anderen Seite. Ähm. Mache ich hier eine Beleuchtung. Sollte halt auch gut beleuchtet dann sein, damit keine Monster spawnen. Dann plötzlich, äh, ihr also angegriffen werdet, wenn ihr das spielt. Ist ja nicht so toll. Das ist falsch, oder? So. Nein, die mache ich jetzt hier höher. Und das Skelett schaut uns zu. Ja. Hier kann man sowieso nur höher. Und hier ist es auch höher. Und hier ist das Ding im Weg. Dann ist es hier tiefer. So, dann machen wir dann hier einen Weg rüber irgendwo. Und zum Spawn. Und, ähm, machen wir hier noch einen Eingang. Komm, wir machen hier den Eingang. So. Gut. Dann machen wir hier den Weg. Und zwar machen wir dafür hier Treppen runter und machen hier einen kleinen Trampelpfad aus Gravel. So, mal kurz auf die Zeit schauen. Noch sechs Minuten. Gut. Also, dann machen wir hier da rüber. Den Trampelpfad mache ich natürlich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen, äh, vertrampelt schon fast. Aber zuerst mal hier zusammen, dass es besser aussieht. Hier auch. So. Der Baum ist zu nah am Trampelpfad. Okay, der Baum hier auch weg. Ich bin nicht zu nah an den Bäumen. Also, dass der Baum hier die Blätter noch drüber wachsen oder so. Und, weil es eben ein bisschen vertrampelt ist, machen wir hier mal ein Ding. Und da gibt es ja noch neue Blöcke. Und zwar, die machen wir mit einer Schaufel. Ähm, mache ich mal eine Diamantschaufel. So. Jetzt kann man da rechts klicken. Genau. Ja, sieht jetzt nicht so schön, wie es gedacht aus. Hat da gedacht habe, aussieht nicht so gut aus. Vielleicht doch lieber, ähm, die müssen die Texturen noch schöner machen. Dann habe ich das Gefühl, mir gefällt die Textur nicht. Wo ist es? Da, grobe Erde. Das wollte ich. Äh. Sieht mir auch ein bisschen schlecht aus. Ich brauche ein Texte-Pack. Ein ganz gutes Texte-Pack. Wenn ihr mir empfehlen könntet, wäre ich sehr dankbar. Eines, das richtig mittelalterlich aussieht oder, ja, ein bisschen rau aussieht. Ein raues Texte-Pack hätte ich gerne. Das nicht zu sehr verpixelt ist natürlich. Kann 128 sein, kann 256 sein. Aber damit man einfach ein bisschen besser, ähm, ja, wie soll ich sagen, besser bauen kann, weil die Texturen besser aussehen und dann auch ein bisschen, ähm, anders bauen kann, weil die Texturen dann plötzlich sehr schön aussehen und so. Hätte ich schon gerne ein Texte-Pack. Wenn ihr also eins kennt, das, ähm, recht gut aussieht und so, dann dürfte ich das mir, äh, vorschlagen. So, aber hier mache ich das weg, dafür hier nochmals. Hallo. Hm. Ja, jetzt noch ein paar Blümchen hin. Ähm, was passt zu einem Holzfällerlager? Welche Blumen passen? Sonnenblumen? Nein. Flieder. Joa, noch zwei ersetzen. Mit einer anderen Blume. Was gibt's hier noch? Sind die Pfingstrosen auch? Zwei hoch, ja. Mach das so hier und das andere nochmals Flieder und hier nochmals eine Pfingstrosse. So. Okay. Bisschen dekorieren natürlich. Oh, hier haben wir eine schöne Höhle. Oh, das ist eine nette Höhle. Einfach mal rein und dann wieder raus. Cool. Hier kommt der Müll hin. Hier platzieren wir das, der Abfall für die Schrein, also von der Schreinerei. So als Abfall, ähm, ja, Grube. Abfall Grube. So, dann machen wir hier nochmals ein paar Beigen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so noch sagt. Für ihr sagt man das, glaube ich, auch in Hochdeutsch. Aber in der Schweiz sagt man Biege, also Biegi. Und das, ähm, heisst einfach, äh, gebiegene, ge, ja, gebiegene, aufeinandergebiegene, ähm, den, Holzklötz oder so. Je nachdem, was man halt drauf tut, lagert, drauf lagert. Aber ich kenne mich damit nicht aus dem Hochdeutschen, weil ich sehr wenig eigentlich sonst Hochdeutsch rede. Und, ähm, ja. ich möchte gerne graue Scheiben machen. Nein. Ich finde, grau sollte viel, ähm, durchsichtiger sein. Nicht so trübe. Hellgrau? Ist zu hell. Ja, ja, dann muss es weiß sein. Ich finde weiß einfach am schönsten. Also, nicht weiße Glasscheiben, sondern durchsichtige Glasscheiben. So. Und hier ist ja eine Eröffnung, hier auch, muss man keine Glasscheiben mehr machen. So, das war jetzt mein erstes Haus. Natürlich noch relativ schlicht. Es wird natürlich noch viel besser kommen. und, ähm, ja, was plane ich dann noch in den nächsten Parts? Ich möchte hier etwas draufbauen. Hier. Ein Dungeon könnte hier drauf sein. Oder ein Tempel oder so. Und, ähm, da drüben sicher auch etwas bauen. Da dürften man mir gerne Vorschläge liefern. Oh, da unten irgendwas bauen. Das wäre so cool. Oder die Schlucht vergrössern. Da möchte ich eben das Dorf verschöndern, das dort hinten ist. Und hier im Sumpf, was könnte ich im Sumpf bauen? Da gibt es viel, also Dorf, ähm, Abbaustellen und so weiter. Oh, und hier, oh. Was könnte ich hier bauen? Hä? Wollte ich mir ein paar Vorschläge geben? Oh, das wird ja, das wird irgendwie ein Luxusviertel hier oder so. Hä? Das wird richtig cool. Hier ist nämlich noch Frieden, also nur ein königreiches Tier. Und das ist am besten eines, das recht, ähm, provinzial sind und nicht so extrem Elite, ähm, Ritter haben und so weiter. Und wo halt auch ein bisschen mitgenommen wurde vom Krieg. Bisschen kaputt ist. habe zum Beispiel dieses Haus wurde wahrscheinlich wieder renoviert und, ähm, ich möchte halt nicht alle Gebäude dann ganz kaputt oder in Ruinen zeigen. Und vor allem nicht dort, wo der Krieg nicht ist. So, also, danke schön für Schauen dieses Partes. Im nächsten Part machen wir dann weiter hier in der Region und, ja, halt im nächsten Part dann ein paar andere Bäume hier, andere Formen der Bäume von Hand gebaut und, ja, wenn wir das jetzt nicht mehr brauchen, können wir hier einfach kurz einen Glowstone rauftun, dann wissen wir, wo der Spawn ist. So. Das wird dann auch wieder weggehen. Und die Hexe muss noch sterben. Für den nächsten Part muss die Hexe sterben. Boah, wie viel Leben hat die? Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Eine Glasfasche. Eine Glasfasche. Ich finde, boah, das ist der beste Lute, den es gibt. Naja, gut. Also, gut. Fertig, Part. Dankeschön für Schauen und bis zum nächsten Part. Tschüss, euer Drago. Tschüss.